Salamu alaikum, Güli is back on track. Ich wollte irgendwas Neues ausprobieren. Kennt ihr das so? Jeder hat so in seinem Leben, in seiner Pubertät, so ganz komische Sachen angezogen in seiner Jugend. So richtig peinliche Klamotten. Ihr guckt euch so alte Bilder an und denkt so, boah, was hab ich denn damals angehabt? Oh mein Gott, wie hat dich damals bloß mein Kopftuch gebunden? Und wie bin ich das heute? Es ist so, da sind ja Welten dazwischen. Mein Kopftuch hat sich mit mir mitentwickelt. Heute werde ich euch alte Bilder von mir zeigen. Ich weiß, ihr habt mich nicht gefragt danach, aber ich zeig sie euch trotzdem. Ich bin so gespannt, ich hab auch wirklich Angst. Ich hoffe, sie haben nicht das aller, aller peinlichste vom peinlichen ausgesucht. Legen wir einfach mal los. So, Güli, bist du bereit? Erste Foto? Okay. Das ist noch ein schönes Bild. Oh Gott, dieses Bild ist aber voll schön. Ich liebe dieses Bild. Das war das allererste Mal, als ich Kopftuch getragen habe. Das war der ungefähr dritte Tag oder so. Wir sind dann mit dem Auto in die Türkei gefahren und ich war so aufgeregt und ich hab gesagt, ey, wenn ich aussteige, dann werde ich Kopftuch tragen. Und dann hab ich meinen Fuß in Capucule gesetzt und ich dachte so, okay, scheiße, jetzt muss ich wirklich Kopftuch tragen. Und ich hab's gemacht. Also für mich war das einfacher, in der Türkei anzufangen, Kopftuch zu tragen und nicht in Deutschland. Deswegen hab ich das sozusagen ausgenutzt. Aber mein Kopftuch hab ich halt von hinten gebunden, weil es so das allererste Mal war, dass ich Kopftuch getragen habe. Und ich wollte nicht aussehen wie eine Oma, deswegen. Ich kann das in Capucule hier an. Oh nein! Yunus, zeig mal. Das war eins der geilsten Klassenreisen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Das war in Südtirol. Du siehst nur nicht fröhlich aus. Es war arschkalt, bro. Ich glaub, da war ich in der 10. Klasse. Das heißt, ich hab da schon ein Jahr Kopftuch getragen. Ich war schon ein Mann, zwei Jahre. Wie lernt man denn eigentlich, ein Kopftuch zu werden? Wo lernt man das? Also du lernst es, indem Leute dich immer wieder kritisieren und ansprechen, dass das scheiße aussieht. Ich weiß nicht. Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich eine Nadel benutzen sollte, weil halt mein Kopftuch beim Skifahren, weiß ich noch, nach hinten so geflogen ist. Ich fand's nicht so schlimm. Da musst du was zu erzählen. Ich wusste, dass es genau wird. Ich sehe aus, als ob ich Drogen genommen hätte. Das war am Tag meines Geburtstags, da bin ich 18 geworden. Ich habe für mich keine Klamotten gefunden und dann war ich viel zu geizig, um für einen Rock 40, 50 Euro auszugehen. Deswegen habe ich meine Klamotten selber genäht. Also ich habe es einmal in der Schule angezogen, tatsächlich. Und meine Lehrerin, meine Kunstlehrerin, Frau Sass, sie meinte immer, ich bin sehr künstlerisch begabt und deswegen... Das ist Kunst. 1 plus. Also ich muss euch was dazu sagen, ja. Bis zur 10. Klasse war ich angezogen wegen Junge, aber richtig hässlich. Und in der 11. und 12. Klasse habe ich die Kurve gekriegt und war Jahrgangs beste angezogene Mädchen. Diplom. Nein, es gibt doch diese Abi-Bücher. Ich habe sogar ein Abi-Buch, ich kann euch das zeigen. Es gab so ein Ranking bei uns, so Abi-Buch. Kennt ihr das nicht? In der Türkei kauft man solche richtig knalligen Farben und die habe ich da immer getragen. Und wenn man in Deutschland so etwas trägt, dann ist es total hässlich. Also ich will es heute nicht anziehen. Und das Kleid habe ich auf dem Flohmarkt für 5 Euro verkauft. Okay, ich bin nicht bereit, ich will nicht gucken. Okay, Zeit. Oh nein, nicht dieses Bild. Ich hasse dieses Kopftuch. Ich hasse dieses Kopftuch. Ich hasse es einfach. Oh Gott. Wie türkisch warst du da? Ich war da 95% türkisch. Was waren die 5%? Was waren die 5%? Da war es stimmt. Da war ich in der 10. Klasse, weil ich mein Kopftuch angefangen habe, von vorne so zuzumachen. In der 9. Klasse habe ich es nur von hinten getragen. Ich habe noch ein bisschen meinen Hals gezeigt, weil ich wollte so Step by Step. Das war innen so rumzulaufen. In der Türkei auch. Ja, ich habe diesen Kopftuchstil tatsächlich in der Türkei, als wir dort in einem Maza drin waren, also in so einem Laden, da haben die Frauen sowas getragen, also die haben es genau so getragen. Und die meinten zu mir, das sieht richtig schön aus, Maschallah, Maschallah. Und ich so, ja, und ja, Maschallah, Maschallah. Ich so, okay, dann nehme ich das mit. Und in Deutschland, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, neben mir saß Tobias. Und Tobias hat immer von mir abgeschrieben. Und er hat einmal zu mir gesagt, warum ziehst du dich an wie eine türkische Oma? Ja, warum? Und er hat mich auch was anderes gefragt, aber das möchte ich nicht sagen. Er meinte, wann machst du endlich deinen Darmbart ab? Nee, gegen mein Kopftuch hatte er ja nicht so viel. Er meinte nur, ich soll nicht solche hässlichen Farben tragen. Was ich nicht schön finde, ist dieses Bonne mit diesen Zacken. Das habe ich mir selber daran genäht. Echt? Ich wollte einfach anders aussehen als die anderen. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich denke, okay, die haben das Schlimmste schon gezeigt, dann kommt noch schlimmer eigentlich. Oh, das ist so ein Motherfuck. Ich habe es gepiept. Da war ich richtig krass. Da war ich auf Kroge. Also das war die Phase meines Lebens, wo ich nicht wusste, was ich bin. Ohne Witz. Bin ich jetzt ein Mädchen? Bin ich ein Junge? Bin ich hetero oder bin ich homo? Bin ich Muslimin oder bin ich keine? Es war die schlimmste Phase meines Lebens. Jeder hat mal so eine Phase und ich hatte diese Phase auch. Ich war ein Manns-Vibe und ich wollte aber trotzdem hübsch aussehen, aber ich wollte aussehen wie ein Junge. Ich wollte gefährlich aussehen, wie Rapper aussehen, wie Tupac aussehen, wie Eminem, wie 50 Cent. Ich bin mit den allen aufgewachsen und jeden Tag. Und dann dachte ich so, ciao, bist du peinlich. Ich bin auch immer so rumgelaufen und meine Mutter meinte immer zu mir, du bist kein Junge. Und mein Vater meinte immer zu mir, mach was du willst. Also es war eher so ein, okay, ich mach was ich will. Und meine Schwester meinte immer zu mir, du bist peinlich. Weil ich immer mit Baggy-Hose und Skateboard und einer gefakten Goldkette zur Schule gegangen bin. Ich bin früher Skateboard gefahren, aber so richtig hardcore. Das war der Übergang von 16 auf 17. In einem Jahr habe ich, glaube ich, meinen Kopftuchstil fünfmal geändert. Guck mal, eins müsst ihr wissen. Mein Vater hat nicht so viel Druck auf mir ausgeübt, aber auch meine Onkel. Und immer, wenn ich dann in die Türkei gegangen bin, haben die mir so ein schittiges Gewissen eingeredet. Ja, du trägst Kopftuch, du darfst nicht das machen, du darfst nicht das machen. Und dann kam ich zurück nach Deutschland, hab dann ganz normal Kopftuch getragen. Und dann bin ich zur Schule gegangen und dachte so, alles ist scheiße. Du fällst in so ein Loch. Und du denkst, dein Onkel hat gar keine Ahnung in der Türkei. Du weißt, der hat gar keinen Schimmer mit Diskriminierung und so. Und dann dachte ich so, okay, ich will Kopftuch tragen, aber ich will nicht, dass man mich diskriminiert deswegen. Und dann wollte ich Kopftuch so tragen, sodass es nicht auffällt, sondern dass es cool ist. Und ich dachte so, wenn ich so rumlaufe, dann bin ich cool. Dachte ich. Aber es war auch irgendwie cool. Ich habe noch nie was zum Valentinstag bekommen. Wenn Fiete schon so grinst, dann ist es nichts Gutes. Ja, das Bild ist so krass. Das Bild habe ich meinem Vater gezeigt und er meinte, du siehst aufgedonnert aus. Und ich so, was heißt dieses Wort? Ich wusste nicht, was das bedeutet. Aber, Leute, jetzt kommt's. Das war die Phase, wo ich angefangen habe, schöner zu werden. Meine Augenbrauen waren ein bisschen gezurft. Mein Frauenbart war weg. Ich hatte richtig krasse Akne und ich bin fetter geworden. Ja, das ist das allererste Mal, dass ich mir Make-up gekauft habe und ein Lipgloss für 1,95 Euro von ***. Von Pete. Von, ja, stimmt, Entschuldigung. Da war ich oft bei *** einkaufen und ich fand diese ganzen Models da total schön. Und ich dachte so, das Kochtuch, wie ich es trage, sieht einfach hässlich aus. Und ich wollte, dass mein Kochtuch so ein bisschen so in den 80ern aussah. Und dann habe ich mir immer hier an der Seite so eine Schleife gemacht. In Deutschland gab es halt keine muslimische Mode. Damals gab es ja bei Facebook so Social Networks und du konntest dich in so ein Netzwerk einloggen. Und ich habe dann immer gleich immer Amerika immer gemacht. Und da habe ich dann immer so richtig viele Hijabis dort gesehen. Die waren ja komplett anders gekleidet. Und ich dachte so, krass, warum sieht so hässlich aus? Warum sehen die so gut aus? Und dann dachte ich so, okay, ich will auch so sein wie sie, aber ich hatte nicht so viel Geld, weil du bist Schüler, du hast nicht so viel Kohle. Und dann habe ich immer versucht, aus den minimalistischen Sachen, die ich habe, einfach nur interessanter zu wirken. Ich wurde mit den verschiedenen Kopftuchstilen tatsächlich jedes Mal auch anders wahrgenommen. Also wenn ich mein Kopftuch nach hinten gewunden habe, dann war das mehr so wie ein, okay, sie trägt wohl noch ganz neue Kopftuch, deswegen, oh, die arme Kleine, also die hat es bestimmt schwer im Leben. Wenn ich es nach vorne gemacht habe, dann war das mehr so ein, sie ist voll introvertiert und sie hat bestimmt keine Ahnung. Und sie ist dumm. Und als ich dann so meine Rapper-Phase hatte, das war mehr so ein, oh mein Gott, was ist denn das für eine Muslimin? Okay, gut, letztes Bild. Noch ein Bild? Ja, ein letztes. Wann war das? Wie ist das passiert? Wieso hast du dich so entwickelt? Also dieses Bild, kannst du das zu wenigstens halten, damit ich nochmal das vor meinen Augen habe? Also mit dem Beginn meines Medizinstudiums habe ich erst diesen Stil sozusagen entwickelt, weil ich gemerkt habe, mit Stethoskop kommt man einfach nicht an die Ohren ran, wenn man hier vorne eine Nadel hat. Und ich dachte so, okay, das sieht richtig cool aus und das ist auch fancy und trotzdem ist mein Hals bedeckt und mein Nacken bedeckt und deswegen habe ich halt diese Version genommen, weil diesen Turban-Stil mag ich ja extrem und ich wollte aber halt nicht irgendwie so meinen Nacken und meinen Hals offen lassen. Deswegen dachte ich so, okay, dann musst du dir was anderes überlegen und habe dann das sozusagen entwickelt. Und ja, deswegen habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, okay, wie könnte man das so machen, dass es dann irgendwie trotzdem gut aussieht und deswegen ist das entstanden. Wer gilt Javi? Das waren meine persönlichen Hijab-Modesünden und ganz ehrlich, ich schimme auf gar keinen Fall dafür, es ist halt so. Hattet ihr auch Hijab-Modesünden begonnen? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo da und ich habe gehört, Abo ist jetzt weiter oben. Ja, richtig, genau. Hier geht es zum letzten Video, da geht es zur Funkwelt und hier geht es zu mir nach Hause. Das ist meine Ahnung, oder? Keine Ahnung, ja. Tschüss!